so machen wir hier mal runde weiter kona ist ein leidungsende ja da müssen wir uns halt einen anderen geben widmen so die gummibeerle zwischendurch so was haben wir denn ja in haufen ja wir wollen zum scheuer fels ok naja da gucken wir halt immer zum scheuer fels ach so das ist dieser genau wir waren ja hier letztens dieses freigegeben dieses areal hier oben hätten wir noch ein und da noch eine jose noch viel und im scheuer felser war jetzt schon weit hier oder was ich da jetzt vorhabe ha 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 was hab ich denn das für ein quest gewidelt wie es steht hier 3000 hier ist schon weit ne würde ich sagen schon weit entdeckung müssen mich jetzt so trampelt hier könnten ja eigentlich auch was denn mal die dinger freigeben hier oder oder wir gehen direkt mal hierher genau und dann zum nächsten halt und dann so ein fels genau so machen wir das jo ja 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 und es geht auch weiter oder auch nicht so ja weil das immer noch ein stückchen näher gerutscht einfach mal aus den wildschweinen könnte ich eigentlich auch mal gebrauchen wieder gell ein wildschwein und den truhtan und es ist verzeihlich zu weit weg war naja das ist hier weit weg zu weit na gut wir gehen weiter ok das ganze gebiet haben wir jetzt auswahl und es ist ein bisschen was rum kümmerklapp mitnehmen zwei medailleschärben das brauche ich später noch brustelass so was haben wir denn hinten vor riesen dinger das sieht man halt das könnte das schnappsmäuler sein oder 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 man sieht es halt nicht ne na gut die brauchen wir jetzt aber nicht die schnappsmäuler oh was ist denn hier ja wo sind wir denn da da wo wir schon mal fahren ne nehme ich an ja wir sind in äh in einem ding halt ne wir gehen trotzdem mal diesen weg lang da haben wir diesen lagerfeuer na gut dieses ding ist jetzt halt hätte ich vielleicht hier lang gehen sollen na gut wir machen erst mal das jetzt mit diesen steinchen ähm also mit diesen ähm scheuerfels begib dich nach scheuerfels jo so werden wir es mal machen müssen na schnappmaul genau wie ich es denn auch gesagt habe es ist ein schnappmaul ich weiß nicht ob ich äh ob sie sich interessieren jetzt hier bei mich weiß ich jetzt nicht so genau naja ich würde sagen wir gehen halt einfach weiter oder weil ich glaube nicht dass sie jetzt hier das Ufer verlassen werden glaub ich mir mich jetzt mal nicht ja man weiß es nicht ne man weiß es nicht breitkopf maschinen areal jawohl mit dem breitkopf könnte ich auch rein theoretisch reiten naja müssen wir nicht wie wir wollen ne was ist denn das da oben geiler weiß es irgendwann ist man auch mal in diese lager wieder reingehen also in dieser mit den maschinen ach ein breitkopf siehst du was hat man hier wächter noch einen breitkopf ich denke mal wir sollten schon mal so einen breitkopf killen hier oh da kommt auch schon die nächste breitkopf angerannt aber ich glaube den kriegen wir so auch klein so und der da unten hat ich zwar gesehen aber irgendwie weiß ich nicht kommt ja halt nicht her ne was solls ich brauche doch jetzt nicht her wird auch knapp zu weit sein wenn ich jetzt schieße oder wir können es probieren doch ich habe einmal getroffen ich habe getroffen und er kommt nein nein er reißt aus oh nein er hat er hat oh 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 er hat noch ein paar gerufen kommen sie sich irgendwo verstecken vielleicht wem hat er denn jetzt gerufen hier noch mehr breitkopf oder was trampler ok genau hier gibt es nichts zu sehen alles voller trampler hier ne guter breitkopf ist weg die trampler sehen mich nicht wir gehen weiter ok ok so trampler ich hatte leider nicht aufgeräumt der alte was sowas ne so ein paar fische hätte ich auch gerne mehr gehabt zwischendurch aber irgendwie seht ihr ist es hier immer sehr fisch rau ne und ein schweinchen da vorne wäre gut für mich so die trampler und ziehen mich gerade gar nicht hier ist irgendwo eine in lagerfeuer da kann man hingehen genau hier vorne zum beispiel so wo ist jetzt dieses schweinchen hier vorne und 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 ich ist sogar noch ein schnappmaul schon gestorben halt jetzt haut das menschen ab hier auch noch oder was und ich hab's erwischt jawoll oder glaube ne grau habe ich dir die nach schrott suchen ah ok scheiße 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 ich habe mich doch entdeckt haben sie mich doch entdeckt ich non ja hoffe Oh Mensch Oh, könnt ihr vielleicht nerven, Leute? Wartet mal, was haben wir denn noch von Pfeile hier? Feuer, Eger, Feuer Hör mal los Hör mal los Uh, den hätten wir Oh Wie soll der jetzt sterben oder was ist mit ihm? Hallo? Letzte Gut, okay Oh, jawoll, jetzt kommt alle zu mir her Oh 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 Alter, 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 Alter Alter, Alter Alter, Alter Bist du denn jetzt gut hier, oder was ist jetzt hier los? Hallo! Boah, könnt ihr nerven, ey! So, nächstes hier, letzter jetzt hier oben Shit, ich muss mich aufsehen hier, Mensch! Oh, was ist jetzt hier? Scheiße, 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 Scheiße! Ich glaub ich hab hier, oder? Jawoll, kommt alle zu mir! Juhu! Freu ich mich! Ach, ich freu mich so! Ich bin bald im Eimer hier, ey! Scheiße, Mensch! Komm, was bin ich jetzt hier, Mann? Höcke Zeit! Ach, du Scheiße, ist noch mehr Viehsteus hier, ey! Verdammt! Verdammt, 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 ey! Boah, Leute! Was geht hier denn? Kann man mal irgendwas herstellen hier und trinken oder sowas? Meine Güte, was wollt ihr denn alle von mir? Das ist ja nicht normal! Nee, ich konnte gar nicht herstellen! Oh, nee, jetzt kommt er auch noch zu mir ein! Viehsteus hier, ey! Viehsteus! Rennen, ey, Leute! Rennen! Ich bin bald im Eimer hier ein, wenn's war, dass ich jetzt... Hopp, ping! Leute, 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 Leute! Was ist denn das jetzt hier? Ich hab jetzt hier einen Haufen... Einen Haufen, äh... Muni verbaden, auf Deutsch! Ähm... Jo... Hm... 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 Jetzt jagen sie mich! Hm... Wir müssen jetzt unbedingt mal hier rüber, gruscheln! Und dann mal speichern und dann, ja, müssen wir unbedingt... Und bisschen Leben suchen hier! Das kann ich bestimmt nicht gebrauchen! Oh ja, sehr gut! Alter Verwalter! Alle auf einen! So, wir müssen auf alle Fälle erstmal irgendwie oder ein bisschen unser Leben, ne? Auffrischen, ja, Leute! Dann können wir gar nicht wieder hingehen, dass wir das Zeug aufsammeln! Was war das? Ach, ein Wildschwein! Uh, ein Wildschwein! Kleine Zehepflanze! Du wirst mir sicher helfen! Genau! Oh, die sind Schweinchen! Ich könnte Schweinchen gebrauchen! So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Weg wieder rückwärts finden irgendwie! Und, ja, und halt überleben! Überlieben! Überlieben! Ach so, wir sind hinter dem Stein, ne, würde ich sagen! Oder? Ah, nee, okay! Ist sowas anders! So, Schweinchen gegillt! Okay, und ich schnapp mal, dann lasst mich ja in Ruhe! Und die Beute hol ich mal trotzdem da hinten ab! So soll's nicht sein, aber was wir mal gewachen können, ist, ähm... Wir haben doch hier so viele, äh, Kisten, ne? Oder? Oder wartet mal! Oh, das hält mal! Hm, hm... Hm! Hm, hm, hm. Hm, hm! Hm, 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 hm... Hm, hm, hm. gute worte aber nichts brauchst du bei ihr leben oder sowas meine ich jetzt ja gut dann machen wir weiter halten dass wir irgendwie irgendwie wieder hinkommen die blüten grau habe ich lang verladen schon jetzt schön immer wir brauchen sowieso noch ein paar tränke ja wenn wir irgendwann mal den händler oder irgendwas sehen wir mal gucken jetzt machen wir mal ein paar grau habe ich tränke uns kaufen oder irgendwas ich bin nicht da nein jawohl wo kanischen könnte ich eigentlich auch gebrauchen wo ist ein kaktus jetzt kommt ihr euch sturm auch noch auf hier oder was soll das jetzt im mund ist noch hinten mal irgend so ein zeug da was aber es ist braucht das jetzt hier irgendwie wo müssen sie jetzt stürmen jetzt schon auf meiner haut scheiße das hat kratzt auf ihrer haut so ein mistig ist so was haben wir jetzt hier alles hier oben sind noch diese biester okay die lassen wir alle wie sie sind ja dann gucken wir mal hier oben sind wir mal Ich muss ja jetzt gerade nicht so durch den Sandsturm kommen, oder was? Ich muss ja jetzt auf den Sandsturm kommen, oder was? Wo waren denn von dieser ganzen Leichen da drüben, klar, oder? Vielmehr ist jetzt sicher. Vielmehr ist jetzt sicher. Vielmehr wird er noch nützlich sein. Hm. Keine Ahnung, wo ich von lange stolziert bin. Ich wies es nicht, ne? Hm? Hm? Ja. Ich kenne dich. Leiche. Ja. 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 Oh, sehr nützlich. Naja, egal. Da sind die halt weg, die ganzen Grauhaarbe schleichen da. Hauptsache, wir haben überlebt. Das ist schon mal ganz gut. Das ist Hauptsache, ne? Na? Was ist denn? Was ist denn? Bitte, Vera. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja? Ja, sieh. Guck, guck, guck. Ja. Ja. Guck, guck, guck. 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 So.